Ah, ah, ich hab mal. Stick together a team. Stick together a team. We have to split, zusammenblein. Immer links oder rechts? Ja. Das ist alles gelbe. Du hast, wir sollen uns gemeinsam gehen. Steppen. Du weißt. Das war der Jack. Du hast gemeinsam durchgeführt, eh? Ja, wir müssen zusammenblein. Und langsam bewegen, wenn der Gegner der Nähe ist. Wie können wir die, wenn es dein... Ja, ich frag sie langsam, wenn du denkst. Wenn es dein... ...sichtverstärker da raus. Können wir es dir sehen, mit einer besonderen Sicht. Aber ich geh das natürlich nur drauf an, wenn sie ihr Blechschleiter haben. Können wir rechts unten machen. Nein, da muss ich nicht mehr. Wenn es so nicht mehr geht. Wie soll ich denn das? Nice. Ja. Ja. Dann bleiben wir jetzt hier rum. Ja. Dann können wir uns eigentlich aufblüten. Machen wir ja schon. Machen wir irgendwie die Enderzüge, oder? Oder gehen wir zum, zum Bagger. Gehen wir zum Bagger, he? Ja. Ja. Gehen wir mal, komm mal. Komm mal, komm mal, schau. Schau. Gehen wir rein. Du hast die Ebener Sicht, ja? Ja. Ach, meine Ebener Sicht, ja. Jetzt sehen wir die Mühle in die Sinne. Jetzt sie dann laufen. Einfach aus. Das Bein? Ja, bei Barber, nehmen Barber. 5 Minuten, dann Barber. Leicht schüttereinander. Gut. Leicht. Aber die sind, die sich sehr schalten. Das stimmt nicht. Wo ist er noch? Siehst du nicht? Nein. Nein, das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Nein, nein. Siehst du nicht. Kommst du zu mir? Was? Kommst du dann zu mir? Siehst du nicht. Jetzt kommst du zu mir. So. Müsst du eh einen, sagst. White. Ja, aber da muss ich jetzt einmal her. Kannst du dich aktivieren? Ja, halt gut. Wie soll ich das noch schaffen? Ja, kommt schon. Ja. Ja. Müsst aber. Müsst aber. Müsst aber ein bisschen leichter. Müsst aber auch wie die anderen zu sind. Sonst können sie sich nicht mehr. Müsst ein bisschen blöd losstellen. Da kommt auch noch. Da wird die Runde gekommen sein. Zweit. Die haben wahrscheinlich, äh, die Runde zum Teig geahmen. Ja. Oder irgendein anderer Schützer. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß nicht. Gut. Wann habe ich aber da? Wie möchtest du das jetzt auch sehen? Siehst du den? Ja. Ja. Gut mal. Ja, das ist ein Radar. Ja. 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 Oh, äh, 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 äh. Okay. Ja, ich weiß nicht, dass wir noch prüfen. Ja. 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 Sjöne, die, ha ^^. Ja Hay du gesagt. Ich hab gar visualizeトun perdastorten. Hahaha 정la storing. Okay. Jetzt können wir eine weitere. Und , , ,, Jajajaj, ? Ja. Jetzt kann ich sie heute gar nicht sein. ... Hab ich Currently bekommen. Ja. Ja, das wird ein Team-Ziel. Fuck! Oh, du bist jetzt gut. Ich bin ein Deckplan. Du? Ja. Ich muss nicht das heilen. Ich muss ja nicht das heilen. Bist du auch nicht der, der hier bin, oder? Nein. Ich bin eh frei. Nein, dann bist du okay. Nein, nein. Das ist ein unpackerlles Leutnant. Du. Da wird ein drücklicher Minimum gesetzt. Ich glaube, das ist nur okay. Was? Du schützt ihn, zu Hause. Ich würde mich besser bieten. Wie? Ich bin da, ich bin da. Ah ja, ich bin da mal auf der anderen Objekte. Zweifel weiter. Ist denn irgend so ein Minerazierer? Äh, ich rufe mich auch kurz. Ah, kack! Das ist mir nicht so. Das ist ein bisschen ablenkend. Ja, du hast jetzt reingegrennt. Ist auch cool, du hast jetzt reingegrennt. Wow. Komisch, natürlich ist keiner hier. Hey! Hallo! Hallo! Was, jetzt schockt du das? Ich mach auf, Bruder. Bitte nicht auf. Scheisse. Das ist nirgends wieder. Soll ich natürlich an der Omen? Soll ich mit dem Aufzug abgehen? Das ist cool. Das war der Omen, der will mit dem Aufzug abgehen. Ich hab überhaupt nichts gesehen. Okay, er hat mich geschmissen, der Bub. Ja, keine Ahnung. Ja, ich will schon mal. Ich schau die ganze Zeit nach, ob da irgendwas ist. Ja, ich soll mich ein bisschen glücklich sein. Ja, ich soll mich ein bisschen glücklich sein. Was ist denn noch mal im Meilen holen? Ja, wo ich bin, glaube ich. Oder ich jetzt noch mal. Nein, am Internet. Ja. Du hast jetzt fast noch mal im Meilen holen. Scheisse. Ja, das ist ziemlich komisch. Man kann sich eigentlich nicht... Im Moment, wo das so... Minuten sind, äh... Ich weiß, man muss es nicht mehr entscheiden. Ich entscheide eigentlich. Ich entscheide euch in die Beierpäule nicht. Äh, ey... Mit allem einfach. Die schäfst du auch mal so da aus? Ja, du musst topzieren. Ach, scheisse. Das kann ich auch... Ja. Ich schau, dass ich noch mal wieder. Ich schmier. Ich hoffe, dass ich gezeigt bin. Boah, pack jetzt ein Seiddinger. Das hat doch schon mal ein Urrainer sein. Jetzt will ich mal einen anderen Draupen. Ich habe schon zusammen ein bisschen ausprobiert. Ich habe schon ein bisschen ausprobiert. Ich habe schon ein bisschen ausprobiert. Ich habe einen anderen Schlecker. Scheiße, das hat er gut geschossen. Ey, das ist einfach bei dir gleich. Kannst du dir mal schauen, dass... Ja, ich kann es euch reingehen. Und da ist noch ein paar andere beschäftigt. Jetzt ist es aber nicht. Kannst du mir nicht versorgen. Das schaffst du. Nein, nein, das schaffst du nicht. Weil ich habe nicht überhaupt nichts hier gemacht. Schütze. Jetzt geh ich auf mich laut. So, geil. Ja, ja, ja. Ich würde nicht auf dich scheiße haben. Dann kannst du die Geise aufeinander scheißen. Scheiße. Dann kannst du doch nicht die Geise. Ja. Jetzt werde ich auch gleich den Ding aufstellen. Ja, gleich die Geise genau. Dann machen wir mal. Weiß ich mal schon. Ja. 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 Dann machen wir es fertig. Das sind sogar die Ziele. Komm. Ja. Ja. Ja, du nimmst das einfach. Ja. Ja, ich bin jetzt am Scheißen. Das ist gut. Ja, ich bin jetzt am Scheißen. Was ist das? Ist das für mich? Nein, bleib einfach da. 2 Sekunden, 2 Sekunden, 2 Sekunden, 3 Sekunden. Ich muss den in den Schaufen. 6 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1. Du bist der Regulus, du bist. Also in der letzten Sekunde üblich. Dann versorgst du, dass du da hinkommst. Dann bist du bloß vom Arm umgeben. Du kommst da bei dir hin. Was hast du da gehabt? Ja, da ist da beim Hinterbagger. Da ist abgeschottet. Da sind ja die Künstler immer kaputt essen. Da können ja bei mir eine. Da ist ein Tier, den können sie ja auch abschießen. Da geht sie auch hin. Ja schon, aber ich bin ja ganz anders. Ich weiß ja, wärst du wieder da? Was? Er war oben in den... Ob mich oben gerendet oder so. Ja genau, der war am Schluss. Ja. Dann hab ich ihr gesehen. Dann war er ein paar Mal wieder weg. Dann komm mal. Gut, jetzt geh ich da hin. Da steht da dort 10 Meter oder sowas. Geil vorher? Wend. Wend. Da geh ist? Wend. 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 Das heißt, da schaut's dann sicher mit dem blauen. Du bist ein großer Elektrisch. Du hast so beschrott dabei. Ja, so bei, dann darfst du nicht immer sehen. Aber das ist halt mit den... Die Zahnwollspill-Zeichenbacher. Die kleine Lampe da, die siehst du nicht. Mit der Sicht. Das ist halt Spill. Das ist der Fluss aber recht wenig Zeit gehabt. Die als erste Ding hab ich gar nicht mitgekriegt. Wenn sie es gemacht haben sie. Ja, das war beim Bagger, da macht sie zu hart. Das war beim Bagger, da macht sie zu hart. Das war beim Bagger, da ist ein, wo wir noch... Und das ist halt weggekommen. Das hab ich auch erst vor kurzem entdeckt. Ob ich dir gleich noch schon zeig? Ja, wenn ja. Nein, Simon steht ja weg. Ich weiß nicht mehr, oder? Ich hab 10, aber das kann wieder voll hier, ich hab 10 Kitzel. Ah, jetzt kommt es aber, dass es da kein scheinliches Spiel da gibt. Das ist die Multiplading-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini. Was ist ein Kini-Won, der das Fluss spielen soll? Auf Xbox? Na ja, auf Gamecube. Gamecube? Ich war als Wintersori Chaos Theory, Wintersori Pandora's Kisten, die es geheißen hat, und irgendwie hat es viele. Pandora Tomorrow! Ach, was weiß ich! Alles hat mit Pandora zum Teil dieser Kisten. Um mich hätte Viecher weil ich um mich aussehubt verteilt. Ja. Ansonsten... Die Arme spielt ja gar nichts. Und das... Und der ist jetzt? Geh nicht dem? Nein. Was, der lebt bei mir und der nicht. Und der gehört jetzt zu und schon an der Zeit von meinem Freundin. Was gut geht, dass er zu klauen? Ja, was weiß ich nicht. Ja, wir treffen sich auf einmal und spielen halt. Hm. Das ist auch der Sinn, aber du musst dich erzählen. Ja, das wird auch schön laut sein. Fass zu neu sein, wie es geht. Genau, wir kommen halt zu zweit. Und einer kann ich es auch nicht haben? Nein. Warum denn? Erstens, weil der... Menschliche Spiele doch KIs überhaupt nicht zu ersetzen bei dem Spiel. Bei Mercenaries, warum? Die drehen ein Flügel umeinander und du kannst ein bisschen dran üben. Ja, aber spielen zum Beispiel nicht. Nein, du musst es aber spielen. Ist ja logisch, oder? Ja, aber man ist ja... Ah... Ja, jetzt hat er es konstruiert. Oder soll ich gemessen? Wie habe ich gesagt. Was ist denn das? Was will ich machen? Das ist eine sehr langweilige Folge auch nicht. Ich bin wirklich total ausfällig. Ja, ich bin praktisch nicht alles verstanden. Ich bin wirklich absolut. Ich bin ganz einfach. Ich bin ganz einfach. Soll es mich auch schon zu befreien, wenn ich mich nicht spielen will, Ich bin der Pfeffer. Nicht so, Kんと? Das ist einfach so, was sie schon sehen! Ich bin der du mal hier. Ich bin der Schraub. Das ist nicht so, wie du das anlebt. Das ist nicht so, Was ist eine Schraub. Das ist mein Schraub. Ich glaube, ich bin der Schraub. Jetzt können wir gleich wieder auf der dritte. Das ist ja so. Jetzt nicht mehr. Es geht gut so gut. Ja, dann holen wir das, oder? Das ist ja auch nicht so. Ja, dann holen wir das, oder? Ja, ja. Simon will irgendwas mit Action spielen. Das ist Action. Ist das Action? Ja, weil ich weiß wie ein Ratschen spielt. Das roms vor... X-Bots von Marino. X-Bots von Marino. X-Bots von Marino. Genau, X-Bots von Marino. Da hast du Becker, oder? Delikt. Ich weiß nicht, ob ich bin. Ich weiß nicht, ob ich bin. Nein, jetzt. Ah, ja, da. Was fällt dann mir noch? Karotz neu. Genau. Ich spüren, was das hier mit Spaß macht. Mach das nicht. ? Ja. Wir sind nicht noch auf den Bitten. Ja, wir müssen noch auf den Bitten. Ich habe ein Ratschen. Ja, ich habe gesagt, dass ich hier bin. Wir sind nicht noch auf den Bitten. Ihr seid nicht, ich habe ein Ratschen. Ich habe ein Ratschen. Ja, ihr seid nicht wirklich? Ja, jetzt ist eh vorbei oder? Soll ich nicht so machen. Wenn du dich nicht rierst, dann ist er schmarrn. So will ich halt. Ich weiß nicht, wie das so fliegt. Dann ist doch ja alles gegangen. Das ging nicht. Ja, Laserschampen haben, oder? Nein. Scheiße. Ich habe immer einen Laserschrank dahinter. Der hat Geld am Anfang. Und in der Mitte noch so eine. Nur in der Mitte noch so, wo du geliebt. Nein. Dann nehmen. Elze. Geht auch immer mit in die Mitte mehr. Okay, das bleibt. Suppe. Kraft ewig! Justs. Geht noch? Ja, ist allgemein. Ja, ich schlauere. Gleicht. Ja. Aber ich habe ja schon gesagt, da hat man die Saar. Ja, das sei ja so gut. Was ist das, meinst du, das Gas? Was ist das, meinst du, das Gas? Ja, das ist so Gas. Ja, wenn ich ziemlich beim Rimm stehe dann an der Tauchung. Morgen bist du alles langsam und schwindelig. Du bist schwindelig? Ja, ich bin schwindelig. Das ist so offensichtlich. Komm, 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 komm. Das ist ein Bruse. Mit Ihren Gedenken. Der Bedeutung ist ein Bruder eingeladen. Das war das, meinst du, du hast dich. Herr Köppel, da musst du bei einer von dem Zeitnimmel schon drei Sachen stellen. Ja, darfst du schon wieder schauen. Jetzt schauen wir mal ein paar. Ein Stück halt. Ja, gut. Ja, das ist gut. Scheiße. Also, ich habe auch noch einen Akku rufen können. Eigentlich ist es schon eher zum Abkasten. Da ist es ja auch schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.